Ja, will auch nur, krieg auch nur, ja was, wieso werd ich denn jetzt geschlagen, was ist das denn? Ey! Ey, das hat er auch mit mir gemacht, töte ihn, Dehner. Ja, hilf mir, hilf mir, hilf mir, dann töte ich ihn zusammen. Oh Gott, oh Gott! Oh nein! Herzlich willkommen zurück zum Minecraft Sky! Ja, und wir haben gestern gestreamt, wer den Stream nicht gesehen hat, unbedingt reinklotzen, weil ich hab da einmal Haubner getötet und einmal wenig Kraft, aufgrund von Donations, danke an RobLP nochmal. Ähm, und ja, es hat sich hier einiges getan und das soll sich natürlich logischerweise noch mehr tun, Freunde, denn wir haben hier jetzt einmal, ähm, ich hab das überdacht hier, hier unten kommen die ganzen Blätter rein, damit wir mehr Erde bekommen. So, wo hab ich denn die ganzen Blätter hin? Hier hab ich nämlich noch welche. Die möchte ich gerne noch da rein machen und dann müssen wir die Bäume da, nein, 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 nein. So, ich zeig euch jetzt mal alles, was ich neu habe, äh, als kurze Zusammenfassung, damit ihr nicht den ganzen Stream nachgucken müsst. Hier haben wir einmal den Heavy Spruce Thief und, ähm, der ist dazu da, damit ich hier mit dem Compressed Stone Hammer ganz viel, ähm, Gravel sofort machen kann. Also, dass ich nicht immer abbauen, bauen, abbauen, also ich kann neun Stück sofort pressen sozusagen und wenn ich die hier natürlich wieder zusammen mache, so, kann ich das hier direkt in den Sieb packen und es kommt einfach instant hier, äh, Stuff raus, den ich dann hier oben rein machen. Unter anderem Lapislazuli, Kohle, Feuerstein und Broken Iron Ore, also, da kriegt man auf jeden Fall ziemlich was bei raus. Ich hab hier noch die Kohle, die mach ich noch mit rein in die Kiste da, das, was ich da oben habe, Redstone hab ich natürlich auch und das da auch, das da noch und hier hab ich noch das da, das da und das da, das mach ich nämlich auch noch da oben schön in die Kiste rein. Ihr habt auch gesehen, ich hab nen Zombie-Kopf, für den Zombie-Kopf brauchen wir noch nen Namen, Leute, der, der braucht noch hier, oh, schon fertig die Erde, nice, okay, kann ich mal kurz durch, wo ist die Erde hingepackt, hier war noch Erde, okay. Och nö, naja, ihr seht, ich hab hier auf jeden Fall auch ein Feld und, ähm, dieses Feld soll natürlich auch größer werden und hier haben wir noch einmal, ähm, ja, Lava. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Lavas schon hier rausfischen kann, geht das? Oh, nice, ich dachte, ich muss da jetzt erst bis alles, äh, egal, so, Leute, wir haben Lava. Die Lava packen wir sicherheitshalber erstmal hier rein, weil ich möchte nämlich einen Koppel-Stone-Generator machen und da möchte ich mir bei Weißweiß ein paar Ideen holen, also wie man sowas baut, nicht, äh, ja, ihr wisst, was ich meine. So, wir machen erstmal zack, 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 das hier so, dass ich noch nen Eimer habe für Wasser, wobei, nee, es geht eigentlich, aber doch, ich will, ich will zwei Eimer am Start haben, wo ist denn jetzt der Ofen nach hinten? Ja, lol, so, da haben wir doch das und die Kohle machen wir jetzt einfach nochmal hier rein, zack und zack, sehr schön und, jo, jetzt gehen wir mal ganz kurz zu Weißweiß. Der hat da nämlich was richtig cooles und von dem habe ich mir den einen oder anderen Koppel-Stone mal ausgeborgt und wenn wir den haben, dann, äh, können wir schon ziemlich, ziemlich viel anstellen. So, da ist Hauptnah. Hallo, mein Schatz. Hi. Ich liebe dich nicht. Was tust du? Ich sehe dich. Penner. So, ähm, wir gehen mal zu Weißweiß. So, Weiß ist hier am Start. Hallo. Hallo, mein Freund. Äh, ich hätte da eine Frage. Willst du schon wieder Kabel-Clown? Nein, ich möchte gerne, oh, den a-rip. Ähm, ich würde gerne, ähm, wissen, wie dein Koppel-Stone-Generator aufgebaut ist, weil ich den sehr geil finde, Weißweiß. Der ist easy as fuck. Du craftest ne Terrain-Smasher und bist fertig. Wie jetzt? Terrain-Smasher heißt der? Der craftest du? Und das war's. Alles okay, Dana? Schau mal Minecraft ab, nice. Okay, äh, wo mache ich die Lava hin? Die ist hier recht, das ist ein ganz normaler Koppel-Stone-Generator. Also, hier ist Lava drunter? Ah, das ist ganz stinknormaler Koppel-Stone-Generator und der Terrain-Smasher baut einfach nur die Blöcke drunter ab. Das ist, äh, ist ja voll easy. Ja. Kann ich mir nochmal ein Stack-Koppel nehmen? Bedien dich, bedien dich, bedien dich. Dann kannst du ja sogar, nimm den mal raus, dann kannst du ja sehen. Alter, das ist ja heftig easy, ne? Der ist aber ein bisschen aufwendiger zu craften. Also, Inva brauchst du auch etc., da musst du Smeltry haben. Was, Inva? Inva brauchst du, genau. Wie kriegt man das? Äh, ich glaube, zwei Rohstoffe, ich glaube, Eisen und Nickel kombiniert. Das musst du beides in die Smeltry hauen und dann bekommst du Inva raus. Äh, Green Stained Glass. Okay, mit Stained Glass auf jeden Fall. Was, die hast du zufällig Sand, welches du mir schenken willst? Sand ist doch easy zu machen. Aufwendig. Nein. Sand, meinst du Sand. Na du, auch du hier. Oh je. Oh, mein Internet schon wieder. Wieso bin ich rausgeflogen, was war das? Ich bin gestorben, hab ich mir echt gut gemacht und dann ist mein Mannkopf abgestürzt. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt hab ich gar nichts mehr. Ja. Krieg auch nur, krieg auch nur, krieg auch nur. Ja was, wieso bin ich denn jetzt geschlagen, was ist das denn? Ey. Ey, das hat er auch mit mir gemacht. Töte ihn, Dana. Ja, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Dann töten wir ihn zusammen. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Immer nicht jetzt wieder rein. Hauptnah, du legst dich hier mit allen an. Komm schnell, wir hauen ihn kaputt. Komm, wir hauen ihn kaputt. Wir hauen ihn aufs Land kaputt, damit er, damit er seine Sachen ziehen kann. Ja, ich mach ihn kaputt. Komm schnell, der läuft zu sich. Oh Mann, der hat seine Tür zugemacht. Komm schnell. Wenn wir es nicht schaffen, dann schubst du ihn wenigstens runter. Wir kriegen jetzt hin. Alter, das hat er verdient. Ha? Aaaaaaah! Ich hab zu viel Stuff, das will ich nicht verlieren. Okay, dann kann ich auf jeden Fall... Ist ich grad nicht gerne. Da, umlaufen. Hallo Spark. Spark, es ist ganz richtig, dass du jetzt mitkommst. Wir müssen... Ich hab leider vergessen wo, aber wir müssen grad unbedingt jemanden töten. Hier, drüben. Ja, hier, hier. Komm mit Spark. Izzy, Izzy, Izzy. Wenn du mich hörst, Izzy. Komm mit. Izzy, wir müssen grad, das ist super wichtig. Wir müssen grad jemanden töten. Wieso? Er hat wirklich böse Sachen gemacht. Hier, komm mit. Oh. Oh, na haupt, na boy. Komm Basti. Ah, Izzy, komm mit. Komm mit, Izzy. Wir müssen ihn töten. Alles klar. Alter, Leute. Ich bin hier grad ein bisschen sauer, weil... Oh nein! Zack genau seine Sachen. Ach so. Aber ich glaub, er hat sein Grundding das meiste. Grad keine Zeit, Dina. Sorry, sag Spark. Es war ein Notfall. Danke trotzdem, Spark. So, Izzy ist auch grad Notfall. Er muss nicht unbedingt was pflanzen da vorne. Oh nein! Oh nein! Geht's aber ab hier. Will zugucken. Gut, die regeln das. Ich hab jetzt auf jeden Fall ne Idee für den Cobblestone Generator. Den möcht' ich gerne... Dina, go! Dina, go! Hauptner, ich hab alle Ärzte von dir. Wenn ihr mich runter wirst, sind sie weg. Ich hatte gar nichts dabei. Ja, aber ich hab sie aus deiner Kiste genommen. Ach so, das ist nicht mehr. Die Kiste wohne ich nicht. Hauptner baut da nicht. Dann ist der weg. Ich hab er an. Tschüss! Oh Gott! 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 Ich hab's da verhaften! Okay, Terrass-Masher. So, ähm, ich brauch für irgendwas brauch ich auf jeden Fall ing... Warte mal. Hier, warte, warte. Kann Dina mal still sein? Warte mal. Inva-Blend. Okay, äh, krieg ich das. Ah, guck mal, mit einem Engineer-Hammer können wir das dann klein hauen. Iron-Oar. Warte mal. Hä? Warte, warte zurück. So, ich brauch Nickel. Und Iron. So. Woher krieg ich irgendwo Nickel? Ja, hier Nickel. Nice! Und Iron hab ich auch. Gut, das kriegen wir so auf jeden Fall irgendwie hin. Lassen wir die, äh, auf jeden Fall erstmal hier weiter Beef machen. Die haben mega Spaß dran. Ich hab Hauptner jetzt, äh, getötet. Zum zweiten Mal, wie ihr gerade gesehen habt. Und, ja. Ähm, der hat es auf jeden Fall verdient. Ich hab ja angekündigt, dass, äh, ich Hauptner und, äh, Benni auf meiner Planung... Decklist habe, sozusagen. Die, wir werden das ein oder andere Mal dran glauben. Und jetzt kümmern wir uns wieder um den Copplestone. Generate... Alter! Wo ist mein Bogen? Und die Pfeile. Zack. Äh, das war mein Schwert, so. Mistvieh, Mann. Tschüss. So, das hasse ich so dermaßen. Das da hinten muss ich irgendwie lösen, ne? Oh, da ist, äh, da ist wieder das Battle hoch 10 gerade am Spawn. Dann. Also, ich denke mal, es wird ein richtig nices Projekt mit, äh, so vielen Leuten. Oh, Red Squid von Dena. Ja, gut. So. Okay, dann kriegen wir auf jeden Fall, äh, hin, dass, äh, den, äh, Cobblestone Generator wird, denke ich mal... Verpiss ich! So. Ich hab mit Crafting Pad, hab ich, äh, also Crafting Pad hat aufgenommen. Und, äh, so, jetzt müssen wir erstmal hier, pass auf, das erstmal alles hier kurz compressen. So. Und zack. Und dann machen wir das hier durch, damit wir Nickel bekommen. Nickel will ich auf jeden Fall haben. Äh, dann kriegen wir das auf jeden Fall gebacken hier. So kriegen wir richtig viel Material hier auf jeden Fall mal raus. So. So. Nochmal. Und... Katsching! Lol, ich hab einen Diamant bekommen! Nice! Okay, das ist echt gut. So, 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 so. So. Hab ich Nickel? Nein, ich brauch mehr Nickel, Leute. Nickel! Nickel. Wenn wir Nickel haben, können wir... Okay, Leute. Plan ist es eben hier. Ich brauche, ich brauche, ähm, sechs pulverisiertes Iron. So, das krieg ich mit dem Pulverizer hin. Oder mit dem Engineer Hammer. So. Das ist einfach hinzukriegen. So. Und mit Nickel Crit. Nickel Crit. Geht das nur mit Ferris Ohr. Nickel Ohr. Hä, kann ich das nicht auch? Verdammt! Ne, ich will doch... Verdammt, okay. Aber wir kriegen das irgendwie auf jeden Fall hin. Das ist schon schwierig, dieses Imwa. Ähm, Essen ist auch erstmal wichtig. Warte mal, wir haben doch noch hier, ähm, das da. Machen wir auf jeden Fall noch so ein paar Kartoffeln. So. So. Warum macht ihr den jetzt einfach hier zu? Das ist irgendwie Taddel. Hahaha. Hallo? Oh Gott, du wirst sterben, ne? Ihr redet mir zu viel. Dena? Ja? Guck mal, ich hab ein schickes Ding. Ouchi! Oh, darf ich den haben? Hahaha. Oh mein Gott. Halt's auf! Ich dachte, es war easy. Lol. Dena stirbt einfach dauernd. Ja, was? Du hättest grad mit den Pfeilen geschossen, aber du hast da besucht. Ich hab mich im Baum versteckt. Tönen wir mal Debitor. Oh, und jetzt? Ah! 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 Hör euch nicht! Ja geil, Debitor hat ausgemacht. So. Ich brauch erstmal noch das da. So. Ähm. Wenn ich das richtig gesehen hab. Äh? Du musst hier Wasser. Dann äh. Hä, die reden mir zu viel! Okay, das ist echt witzig mit dem, mit dem Voice Plugin. Du traust dich nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ich grad zu easy gehen soll. Das ist gefährlicher als hier draußen. So. Und easy den Wust bestimmen soll. Und dann geh ich mit seinem, äh, äh, krack einfach in den Abgrund. Wär's lustig? Auf jeden Fall, ja. Ziemlich witzig, Dena. Mach mal. Ja, komm da! Ja, komm da! Komm da! Alter! Mö. Au! Komm du da! Komm du da! Komm du da! Wow! Ihr seid so laut! Ich bin jetzt gemein, ne? Du wirst schon noch sehen. Ne? Mhm. So. Müsste das doch eigentlich funktionieren, wenn man das so macht. Jetzt? Machen wir hier nämlich einmal Wasser hin. Und die Lava kann ich hier rausnehmen. Ich hab hier schon genug Lava hergestellt. Und. Nein. Verdammt. Dann muss das natürlich erstmal. Pass auf. Das Wasser hier. Machen wir mal ganz kurz. Ähm. So. Hier kommt die Lava hin. Jetzt müsste es doch eigentlich gehen. Ja. Genau das möchte ich so haben. Und. Äh. Dann machen wir hier mal so eine kleine Wand hier. So. 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 Und das machen wir auch wie bei ähm. Weißweiß hierzu. Und das da auch. So. 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 Und. Jetzt fehlt eben halt das eine Teil. So. Aber das kriegen wir hin. Da werde ich mich offscreen ein bisschen einfach ans abbauen setzen. Ne? Ähm. Sorry dass ich gerade eben nicht geredet habe. Aber ich hab einfach zugehört. Was die da labern. Ne? Äh. Ist einfach auch immer extrem witzig, wenn hier was auf dem Server los ist, was da so gerade passiert. Feier ich auf jeden Fall Und jetzt kümmern wir uns nochmal um den Gravel und hoffen, dass wir Nickel bekommen Und wenn ich Das alles gebacken kriege Dann haben wir auf jeden Fall bald Einen guten Cobblestone Generator Und sehr viel Material Und dann ist das Ganze auf jeden Fall ein bisschen Easy, ne Danke an Weißweiß An der Stelle nochmal Und ja Let's go Macht's gut Leute Wenn euch die Folge gefallen hat Würde ich mich definitiv wieder über einen Daumen nach oben freuen Die 1000 Likes, die schafft ihr ja immer Bis dann Und macht's gut, tschüss Ich bin echt Tam